so klein geht's ja laufen Autoclon Autoclon haben wir schon auch genug gemacht ich lauf einfach mal warum nicht und wir haben 100 Prozent von John so das letzte Kapitel die Straße Richtung Grenze hier passiert doch einfach überall etwas hier passiert gerade nichts aber hier 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 auf die Seite auf die Seite schliegt hier die hier die Das ist so schön. Können wir uns erholen. Das ist nicht schlecht. Nachts wird laufen. Na ja, ich weiß nicht. Okay, gehts. Nee, trampen mache ich nicht. Wir können einfach mal weiter laufen. Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Schnapp sie dir auch noch. Cool. Ein bisschen Geld. Cool. Jetzt haben wir sie wirklich andere. Und jetzt den Soundtrack. Passt auch gerade super. Wir laufen einfach weiter. Warum nicht? Ein Taxi. Wir spazieren weiter. Wir spazieren weiter. Richtung Glanzer. Das ist aus Bisch ist meins. Wir haben einen Motor. Das ist teilweise unterbrennt. Und. Ich sehe hier so viel. Brotest gegen Teil. Weil ich das gar nicht glauben kann, dass die. Umfahrende sich stimmen. Jemanden. Das ist überall sehr. Die hier haben wir am Anfang gezeigt. Wir haben. Dieser Raum wird jetzt halt renoviert. colonel Tod. Polizei Auto. Rezeption. 0.6. 0.5. 0.26. 0.45. 0. bonus. 0.34. 35 32 von einem gewissen oberen 35 362 35 362 Robots Das ist meine Info Willst du mal kurz telefonieren? Ich kenne dich doch Ich kann ja mal telefonieren Was? Ich kann ja mal telefonieren Oh ja Ich kann ja mal kurz sagen 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 Ich bin auf dem Weg der Bruggele Die Brigade haben einen Transmitter, die sie benutzen, um die Propaganda anti-Ti-Rack zu produzieren. Natürlich ist es sehr illegal. Diese Leute sind Terroristen, du weißt? Ich glaube, die Person, die es bewegte, freutete diesen Motel. In Wahrheit, ich glaube, dass er oder sie hier letzte Sonntag war. Ich weiß, ja. Die Gäste hier sprechen nicht mit den Kampen. Die Wahrheit ist, ich glaube, dass sie ein paar von ihnen sind Brigade. Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist der Klerk da hinten. Um zu sein, die Brigade versucht mich zu töten, nicht lange zuvor. Und ich würde wirklich gerne abzuhren ihre Kampen. Die wird nicht gefallen, wer das mit dem Transmitter hat. Schau, es gibt ein wenig Geld für dich, wenn du mir hilfst. Ich weiß, du könntest es nutzen. Jetzt, komm mal. Alles, was du brauchst, ist auf der Wall. Geh es. Alles, was du brauchst, ist an der Wand. Ich weiß, wer den Sinn da hat. Ich weiß, wer den Sinn da hat. Ich weiß, wer den Sinn da hat. oder wie du ihn ausführen war, ich sage in der Wand. Ich habe mich bewusst geordnet. Wir haben die Pölfe nicht geordnet. Aber wir müssen sicher sein. Wir sprechen zu den Gästen. Und schreibe sie, die nicht zacken. Komm wieder, wenn du sie abhalten hast. Verstanden? Ich will ein bisschen den Pölsch schnappen lassen Das werden wir, wir werden an der Grenze sein Ok, nun Sollen wir jetzt einbrechen und sagen Wir untersuchen hier Und Autoschlüsse Wird verfliehen müssen Ja Mhm Ich bin ein bisschen Geld gefunden Wir sind so auf der Fall. Das gibt kurze Haare, dann ist es auch Kurze Haare hat es gesagt Ja ein bisschen Es gab deine süße Zeit Hey, wo ist meine Salad? Dann, wer ist das? Ich bin Oh, ja, ich versucht ihn zu evitieren Er hat mich erschreckt Er war die gleiche wie ich Und ich glaube nicht, dass ich mich alt bin Du denkst nicht, dass ich alt bin, hast du? Die Schlage ist Salad Vieles und vieles Salad Okay Er ist alt Äh, hm Er wachsen Ich will ihn halt irgendwie ausschließen können Well, ich glaube ich werde weiter warten Für meine Salad Ego Flores Ich bin Ich bin Ich fühle mich ein bisschen schrecklich Ich kann das helfen Ich kann das helfen Ich bin ein Schmerz? Dann, ja, ich bin Ich bin Ich bin, ja, warum? Lass mich mal Ja Ja Ja, da war ein Mann Ich hab nicht mit ihm gesprochen Es scheint, als wäre er nicht das Kind für Chit Chat Oh Hat ein Squarish-Face Real Macho Er hat einen Echter Macho Da Das helpt Oh, kack Ja Later Later Da Ich hab nicht Ich hab nicht Eben Schnell Und Lads grab Ah Hebe Kaffee Ich habe Hiel Dompat Ich kann das an Ich bin Ja, wenn ich da eine Frage komme. Ich weiß alle anderen hier, aber ich weiß nicht, dass du. Ich bin hier jeden Tag. Dieses Haus ist mein Haus. Big guy. Hat eine Beard, aber ich habe ihn nicht gesprochen. Kannst du das helfen? Es ist sicher, dass die Ergebnisse werden. Sie immer sind. Aber diesmal wird es nicht wichtig sein. Die Tide hat endlich geblendet. Aber... Oh, verdammt. Was ist das? Was ist das? Sheila hat dich auf das? Ja. Ja. Was ist das? Nein. Du bist sicher, Sheila hat dich nicht auf das? Oh, das ist der Kommen. Ich dachte, du warst dich für ein paar Tage nach. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Tyrax, die Schmerzen des Bordern. Nein, ich habe das. Warum? Du bist wie ein Informant? Die Tide. Sie sind die Schmerzen. Sie sind die Schmerzen. Nein, ich habe das. Ok, ist alles gut, da ist nix, kein Problem, schreit jemand hinter der Tür auf, das Ding, sie ist schuldig. Ja, ich auch. Du machst eine gute Sache, Kind. Wie du gesagt hast, glaube ich. Die Situation scheint von dir anzubeugen. Er ist besser, sie weiß es nicht. Schreit du hier, schnell. Ist das eine Schreit, Peach Fuzz? Du hast alle schreit. Ich hoffe nicht. Wir haben Fotos von diesem Mann auf überall. Was bedeutet, was passieren wird? Prison. Diese Person spielt einen wichtigen Rolle in einer Terrorist-Organisation. Wir nehmen das nicht leicht. Du bist da, Ex-Mom? Zurück, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sehr süß. Du bist immer sehr vorsichtig da draußen, nicht wahr? Nicht starten, bitte. Entschuldigung. Also, wie ist deine Suche? Meine Suche? Oh, wirklich gut. Ja, ich weiß nicht viel über meine Bio-Parenten. Sie waren ein sehr guter Mensch. Stark, nett. Ich denke viel wie sie. Oh. Oh. Ich bin froh. Ich bin froh. Sie sind smart und nett. Schau. Ich muss gehen. Ich will dich bald bald. Okay? Entschuldigung. Ich werde. Tschüss. Tschüss. Was war das Racket? Das Pätsasun. Wie die Leute immer bekommen eine R&R in den Ort, ist außerhalb meiner. Well, danke für deine Hilfe. Aber ich muss hierherziehen. Sag, ich habe dich schon gesehen. Noch nicht, ich habe dich schon gesehen. Nein, ich muss dir nicht. Hm. Anyway, ich nehme das. Es ist nicht viel, aber du wirst es. Für deine Hilfe. Ui. Wenn wir zu 200 bis 300 haben, können wir noch mal den Schlosserweg probieren. Der braucht mal. Ich glaube, das ist sie. Ja, wir sind es, Kind. Und wir brauchen alle Hilfe, die wir auf September 9. Schlafen. 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 Nee, dafür will ich es nicht ausgeben. Verdammt. Sorry, aber ich kann es nicht. Dann fahren wir mal mit dem Bus, würde ich sagen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Und dann laufen wir weiter. Ja, wir laufen. Wo wir ein Auto haben könnten. Wir laufen bis zur Grenze. Und dann brauchen wir noch Snacks. Und dann hast du nichts, aber ein G-Tank. Steine weit kicken. Ich hoffe, wir kriegen hier noch irgendwo... Essen und so. Ist doch in der selbe Lüge, oder nicht? Ist doch in der selbe Lüge, oder nicht? Ist doch in der selbe Lüge, oder nicht? Oh, wir haben so ein Schlafplatz. Bisschen doch witzig einfach. Bisschen doch witzig einfach. Ich weiß nicht mehr. Wir sind alle straßen weg aus. 9 August. Ich stehe mal durch meinen Impuls Das hatten wir schon mal. Ist ja wieder dasselbe drin? Das war Verlust. Also können wir auch Geld farmen. So, das bisschen für den Guss. Damit wir mal ein bisschen vorankommen. Oh, Dumbledore. Nix. 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 Oh. Hey, mein Freund. Du fragst was ich? Hacke in Super Supper. Für alle in Petrie einen frischen Burger. Es sind Caprile. Auf jeden Fall. Ammoniken gegen ihre Kissen. Ist das unwahrscheinlich. Bei Erwohnung ist genau das was wir brauchen. Yo, ich habe Augen und Bezüge und ein IQ von 180. Was passiert ist schrecklich. Wir glauben, dass die Brigade das gemacht hat? Faschische Püge machen was Faschische Püge machen. Hm. 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 Das war noch wir, die die Geräte haben und nicht. Aber es ist ein anderer Spielstand. Ein anderer... Dank. Herzliche Blödsinn. Und er möchte mich auf die Gäste auf die Gäste, um zu sehen, wo sie sind. Ich habe das gehört, Alec. Die Gäste und die Gäste auf die Gäste auf Strachladen. Ich hole mich auf die Gäste auf. Und er war mir sehr. Schössich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018